Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Leonie Franziska und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zwar habe ich letztens am 19. September meinen 18. Geburtstag gehabt und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einmal so, was ich so von meiner Freundin und meiner Familie geschenkt habe. Viel Spaß beim Ausschauen. Dann fangen wir mit dem Geschenk von meiner Schwester und ihren Freunden an. Einmal war alles Liebe zum Geburtstagkarten und ein Armband. Jetzt zeige ich euch das mal schön. Das ist das. Und dann noch ein Sackerl mit ganz viel Nostzeug. Als nächstes machen wir mit dem Geschenk meiner Schwägerin weiter. Da habe ich auch ein Baby-Zart-Cream bekommen. Dann noch eine Tuchmaske und ein Badesalz. Und ein anderes, so ein Badegefühl, aber die habe ich im French benutzt. Dann habe ich noch einen blauen Nagellack bekommen, Haargummis und ein süßes und einen Amazon-Gutschein. Als nächstes machen wir mit dem Geschenkwerder von meiner Schwägerin. So, da habe ich einmal die Helium-Luftballons gekriegt. Dann eine Haarbürste, ein Parfüm und einen New Yorker-Gutschein. Und dann, wo das Ganze drin ist, war so ein Körbchen. Da habe ich jetzt auch schon Nostzeug reingeben. Ich habe auch eine gute Freundin und von der der ihren Freunden auch einen Amazon-Gutschein gekriegt. Ähm, Eresdorf, Pink und ein Happy Birthday-Wein-Klas. Ich finde das sehr cool. So, weiter geht's mit einem Geschenkwerder von meiner guten Freundin. Da habe ich einmal eine Karte gekriegt. Am 18. Geburtstag, die besten Wünsche und ein Wein. Dann machen wir mit dem Geschenk von einem anderen Freund weiter. Und von seiner Freundin, da habe ich einmal einen selbstgemachten Kirschwein-Geschenk gekriegt. Und Schokolade, aber die Schokolade haben wir auch schon gegessen. Dann machen wir weiter mit dem Geschenk von meiner besten Freundin. Dann habe ich einmal so eine Box gekriegt. Ich würde euch ja gerne zeigen, da habe ich einmal zwei so Trinken gekriegt. Da waren eigentlich noch mehr drin, aber die haben wir auf meiner Geburtstagsfeier schon drungen. Dann habe ich einmal von meiner besten Freundin noch einen Schaumschlecker gekriegt. Bei der Handokitty. Und für einen Freund natürlich. Dann einmal so ein Konzentrat gegen, also filmt das Hauptbild. Dann auch Parfum Body Lotion. Dann noch ein Alles-Liebe-Schaumbad. Dann vier Masken. Dann haben wir eine normale Peel-Off-Maske. Dann auch eine Kokos-Drachenfrucht-Maske. Eine Feuchtigkeitsmaske und eine Antipickel-Maske. Dann noch zweimal so Kerzen. Und noch viele so Bronze-Dinger. Und in der Schachtel liegt ein Haufen Konfetti und Styroporkugeln. Die Styroporkugeln glitzern übrigens auf der Hand. Und dann habe ich noch von ihnen gemeinsam einen Bacardi gekriegt. Ich bringe sehr gerne einen Bacardi. So, dann habe ich noch von meinen Eltern, von meiner Geschwister und meiner Oma Geld gekriegt. Ich glaube, das braucht jetzt nicht dazu. Mein letztes Geschenk und mein Lieblingsgeschenk ist das Geschenk, das ich von meinem Freund gekriegt habe. Ein Freund hat mir zwei Sachen geschenkt. Nur das eine, das ist etwas Privates, wo man einmal sieht und das wird nicht in der Öffentlichkeit sehen. Und dann geht es weiter mit dem Hauptgeschenk. Und zwar, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine Bayern-Fan bin. Und ich habe zu meinem Geburtstag von ihr einen Gutschein für ein Bayern-Maske und für mein Spa in München gekriegt. Und ich glaube, es ist so ein cooles Geschenk, das ich in den letzten 18 Jahren nie gekriegt habe. Und es ist wirklich das allercoolste und biste Geschenk, das ich jemals gekriegt habe. Und ich freue mich schon so unglaublich auf den Tag. Das glaubt ihr mir gar nicht. Gut. Ich bin ganz gleich gelaufen. Ich bin für jedes Geschenk unfassbar dankbar. Und ich bin nicht mit irgendetwas von dem Ganzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde es euch freuen, wenn ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lasst. Und auf meine anderen Social Media Kanäle auch folgt. Gut. Tschüss. Ich hoffe, es geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.